Es macht sich ja eine Politikverdrossenheit breit und immer breiter bei den Querdenkern sowieso, aber leider auch natürlich bei den Menschen, die sich strikt an die Corona-Maßnahmen halten, die aber immer wieder enttäuscht werden, frustriert sind durch diese ständige Auf und Ab. Herr Landesbischof, verstehen Sie die Leute? Ja, natürlich verstehe ich die Menschen und ich will auch zunächst mal sagen, auch im Hinblick auf die Querdenker, für mich ist jeder Mensch zuerst mal ein Mensch und deswegen möchte ich wissen, was ihn bewegt, wie er zu dem kommt, was ich vielleicht dann auch einfach, wo ich widersprechen muss, aber ich will ihn zuerst mal als Menschen sehen. Ich muss aber nicht alles handeln oder Reden dann billigen. Ich kann aber den Menschen als Menschen zuerst mal annehmen und zu verstehen versuchen. Und dann, wenn man sich darauf einlässt, dann merkt man ja auch immer wieder, manchmal haben die Gespräche Sinn, manchmal haben sie auch keinen Sinn. Aber da merkt man ja auch, woher das kommt. Also das hat ja ganz viel zu tun mit Blasen, mit Informationsblasen, in die Menschen geraten, wo sie überhaupt nicht mehr die alternativen Sichten überhaupt nur sehen. Ich habe mehrere solche Gespräche mit Menschen, die jetzt wegen der Corona-Pandemie sich an mich gewandt haben und wollten, dass ich endlich protestiere gegen diese fiese Art der Politik und mit Suggestion ein Virus einzureden, was es jedenfalls nicht in der Gefährlichkeit nicht gibt. Und manchmal kann man reden und manchmal kann man nicht reden. Warum? Weil Menschen durch, insbesondere durch die neuen sozialen Medien, die ich ja bewusst nutze und die ich überhaupt nicht verdamme, aber man muss die Dynamiken erkennen, geraten sie in Informationsblasen, die komplett jenseits objektiven und realitätsnahen Inhalten sind. Und das hat natürlich zu tun mit der Gesamte, das will ich einfach noch mal als Gesichtspunkt reinbringen, mit der Dynamik der sozialen Medien, die nicht mehr diskursorientiert sind, also an der Wahrheit orientiert, sondern kommerzorientiert. Die Algorithmen, mit denen etwa Facebook oder Google arbeitet, die Algorithmen spülen das auf die Bildschirme, womit man Geld verdienen kann, wo die Leute lang reinklicken oder oft reinklicken, weil das Werbeeinnahmen bringt. Das ist das Geschäftsmodell. Das ist erstmal einfach nur festzustellen. Es hat aber gewichtige Konsequenzen für die Demokratie, weil das nämlich bedeutet, dass extreme Inhalte viel häufiger vorkommen. Denn die extremen Inhalte, das haben die Studien inzwischen gezeigt, die werden viel häufiger angeklickt, weil sie vielleicht auch negativ faszinieren, als sachliche Inhalte. Und das hat eine riesen Konsequenz für unsere Demokratie, weil man dann durch die Algorithmen ja auch immer wieder die gleichen Sachen geliefert bekommt und man irgendwann in einer Blase drin ist, wenn man sich jetzt nicht breiter informiert, in der man dann tatsächlich zu Auffassungen kommt, die komplett von der Realität sich entfernt haben. Das wollte ich nur noch mal zu den Querdenkern sagen. Da durchzustoßen, da trotz dieser Dynamik ins Gespräch zu kommen, das ist eigentlich die Aufgabe. Und dann gibt es natürlich viele Menschen, die mit Querdenkern gar nichts zu tun haben, die einfach jetzt sagen, es geht doch nicht mehr. Und die vielleicht auch sagen, Leute, ihr müsst eine bessere Balance hinkriegen zwischen dem Gesundheitsschutz und der Verhinderung des Ruins der Seele. Ich finde, wir haben im letzten Jahr viel zu wenig über die Seele geredet. Wir haben in den Sondersendungen immer mit guten Gründen Virologen gehört und die Frage, in welche Länder kann man fahren und wann kann wieder wo geöffnet werden. Aber was das alles mit unserer Seele macht, darüber ist in diesen ganzen Sondersendungen über viele hundert, mehrere hundert Tage nicht geredet worden. Und deswegen glaube ich, muss das mehr ins Zentrum rücken. Und ich denke, wir haben alle den Konsens, den Herr Heul zum Ausdruck gebracht hat, dass jedes Menschenleben zählt. Und es ist jetzt nur einfach so eine Situation, wo man die Kosten, die das insgesamt bedeutet, einfach ganz stark mit einbeziehen muss. Etwa für junge Menschen, Jugendliche, für die ist ein Entwicklungsjahr von 13 bis 14 vielleicht so entscheidend wie für 10 Jahre. Weil sich in einem Jahr bei einem Jugendlichen wahnsinnig viel tut. Und wenn du in dem Alter bist, wo du deinen ersten Kuss normalerweise hast, den kannst du nicht auf dem iPad haben. Da brauchst du reale physische Begegnung. Was machen denn die ganzen Jugendlichen, die das alles jetzt im Moment nicht haben? Das muss einfach ins Zentrum rücken. Und ich glaube, dass die Menschen die politische Verantwortung tragen, doch nicht darum geht, das Leben abzutöten. Die wollen nur das eine, den Schaden, den dieses Virus anrichtet, so sehr wie möglich zu begrenzen. Aber unter der Voraussetzung, glaube ich, ist es auch notwendig, jetzt diesen anderen, diesen Schaden für die Seele mit einzubeziehen und alles zu tun, was möglich ist, um etwa mit einem massiven Einsatz von Schnelltests und Ähnlichem, dann der Hoffnung, dass das Impfen schnell vorangeht, wirklich auch wieder Lockerungen so schnell wie möglich zu ermöglichen. Und da, wo das Wegnehmen der Grundrechte nicht mehr legitimiert werden kann durch den Gesundheitsschutz, da muss man dann tatsächlich auch lockern. Deswegen sage ich übrigens auch, ich habe da auch mal, ich mache immer so ein Morgenvideo, was ich dann immer auf Facebook stelle, morgens. Und da habe ich mal eins gemacht zum Gönnen können. Und ich glaube, dass man tatsächlich das trainieren muss und kann als Gesellschaft, dass wir sagen, wenn alte Menschen jetzt geimpft sind und die sich jetzt wieder treffen können, ohne ein Risiko da ausbrechen, dann sollten wir ihnen gönnen, dass sie sich wieder sehen können, auch wenn wir selber noch nicht bereit sind, weil wir uns noch nicht in Richtung aufrichten konnten. Oder wenn ein Restaurant aufmacht, dann freue ich mich doch, dass der, dass der Nachbar, der das Restaurant hat, nicht bankrott geht, sondern dass der wenigstens ein paar Leute da haben kann. Immer vorausgesetzt, dass es kein Risiko bedeutet und dass die die Impfungen tatsächlich dazu führen, dass keine Ansteckungen mehr passieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.